Ich bin Handbuchbännerin und binde täglich Bücher, Diplom-Arbeiten, Hochzeitsbücher. Ich arbeite aber nicht nur handwerklich, sondern auch Kundenberaten, Telefon abnehmen und das ist eigentlich ein sehr kreativer Beruf. Meine Aufgabe ist für einen Lehrmeister allgemein, dass man einen Lehrling in diesen vier Jahren so weit bringt, dass er schlussendlich die Lehrabschlussbriefung bestehen tut. Ob das mit einer guten Note ist oder ein bisschen schlechtere Note. Hauptsache, er besteht gut, dass er nach diesen vier Jahren für später eine Stelle findet, wo er das weiter ausüben kann. Für mich war die ganze Lehre ein Highlight. Ich hatte täglich Freude beim Arbeiten. Und genau so in der Schule und im Ü gehabt. Es war eigentlich durchaus die ganze Zeit toll. Also ich habe eine Buchbinderei von meinem Vorgesetzten, als ich früher auch die Lehre gemacht habe, übernommen, vor ca. elf Jahren. Und mir war dann auch wichtig, dass wir dann auch in Zukunft auch ich Lehrling weiter ausbilden. Dafür habe ich dann einen Kurs gemacht. Und ich bin eigentlich noch der einzige auf Platz Basel, der Lehrling dort ausbildet, also handwerklich. Und das werde ich auch in Zukunft so machen, dass der Beruf auch nicht aussterben wird. Und ich bin jetzt gehört.